Und da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Saints Row the 3rd Wir sind letztes Mal hier vor unserem Schloss stehen geblieben, es ist halt nicht anders, aber wir sind jetzt mal unser Weil es da bei uns so ist, ne? Und das sind jetzt eher in so einer, kann man es sagen, Simulation oder so Oh, wie soll ich es mal so sagen? Jetzt! Gibt es noch? Genau, Mensch. War es jetzt so schwer? Warum wir hier als Prüble spielen, das weiß keiner. Keiner. Hä? Wie kommen Sie denn jetzt her? Sie verarschen? Äh? Oh. Noch jemand? Nein, gut. So und... Ich wusste es, wer schießt auf mich? Hä? 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 Was ist los? So. Möchtest du alle? Nein! Hallo! Oh! Ich hatte die! 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 Geht doch! Da! Da! Was geht ab? Kaputt. Okay, don't panic. Wir können das ausarbeiten. Wahrscheinlich. Du bist nicht wirklich gut, zu empfangen Menschen, oder? Hm. Gut. Debugge den Fehlerbildschirm. Habe ich schon getan. Das war ja nicht schwer. Was geht ab? Ich komme nicht nach oben. Doch, jetzt komme ich durch. Fünf, vier, oh, drei. So, unser Schloss. Was ist in der Schloss ist, sondern einfach nur so heißt. Es ist leicht zu schlafen, wenn du schlafen wie ein Pusser. Komm schon raus! Glatt. Yo. Geht richtig ab bei dem. Bei dem läuft es richtig. Was hat der Art Lack? Geh nicht, du verstehst es. Ich bin Gordon. Das ist einfach gut. In der realen Welt, Well, du bist nur ein B**** mit dem Keyboard. Okay. Wie lange soll ich auf ihn drauf schießen? Wie soll ich auf ihn drauf schießen? Wie soll ich auf ihn drauf schießen? Wie soll ich auf ihn drauf schießen? Ich will mich verarschen, wie was er... Oh. Just don't die until I figure out how to copy the Avatar. Oh. Aua. Klar, ich bin jetzt schon wieder gleich tot. Aua. Lass mich in Ruhe. Wo bist du? Nein. Lass mich. What? Wo ist er hier? Alter, willst du mich eraschen? Nein. Ah, Mann. Scheiße. Starte die Verhandlungen, wenn du mit deinem Weg gehst. Aua. Pfff. Jetzt ist er weg. Hä? Jetzt ist er ganz... Oh Gott. Aua, Scheiße. Ich werde dich von einem Weg oder anderen töten. Was ist er da? Geh runter. Aua, ganz schnell rücken. Schnell, schneller, schneller, drück. Oh. Doch, ich habe, ich habe gewonnen. Ich habe deine Flüge aufgerissen, Alter. Scheiße. Wuh, noch. Stopp, binden die Unabhängige. Ich hoffe, du hast deine Grästchen gepackt. Scheiße. Oh. 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 Nein. Oh, ist mir nicht weg? Huh? Hä? Yo! Ah! Haha! Wooh! Wooh! Boah! Kuhhell! Ah, jetzt kriegt mich keiner mehr dort. Okay. Kuhl mal den auch für die echte Welt. Und nicht so viel Simulationen. Ist ja richtig cool. Ist ja wirklich richtig cool. Na ja, wie viel sind denn das hier? Muss ich Arsch? Boah! Das waren alle. Nein, doch. Wooh! Kinsey Kenzynton. Aber es ist nicht wichtig. Ich bin Gott in meinem Dumpen. F*** ich, er ist zurück! Du bist noch nicht auf dem Boden. Es sollte ein Stück Kacke sein. Das ist eine richtige Hilfe, Kinsey. Zack! Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er verarsch. Und... Ja! Ja! Wow! Das geht richtig ab hier jetzt mit den Dingern. Das ist richtig cool. Richtig geil ist das. Ich bin doch nicht immer weg. Mann! Und zack! Du bist gleich gelasht. Du bist gleich gelasht. Du bist gleich gelasht. Du bist gleich gelasht. Dort nur noch... Und zack! Und... 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 Wie oft noch? Doch! Ha! Tot! Nein doch noch nicht. Doch jetzt ist er tot, glaube ich, oder? Nein doch noch nicht. Aber jetzt... Aber gleich! Aber jetzt hier noch! Jetzt ist er wirklich tot. Und jetzt... Und... Ha! Jetzt ist er wirklich tot. Jetzt... Jetzt haben wir ihn. Mit Müller. Ha! Ja, jetzt ist er noch nicht. Tschüss, Matt. Warte! Ich kann mich auf deinem Namen. Probe, dass du nicht die Brücke hast. Ich bin sicher, dass Kinsey es herausfordert. Ich habe die Welt in meinen Fingertippen. Ich habe die Welt in meinen Fingertippen. Ein bisschen vage, Matt. Du musst besser machen. Du sagst mir die Namen einer Firma. Und das wird die Geburt der Heiligen. Du gehst deinen Empire zurück. Und ich werde weggehen. Kind. Jetzt sprechen wir. Was sind diese? Das sind die Brücke in die Firma-Rekorde. Eine Brücke führt zu einem Weapons-Manufaktur. Sie geben dir Discounts auf Weapons-Upgrade. Und die andere? Ein Automotive-Parts-Distribution-Haus. Sie werden Discount-Workdown auf eurem Auto. Ich wähle einen und ich werde dich als ein High-Priority-Klienten bekommen. Und ich versuche! Hm. Preis für das Fahrzeug-Tuning. Preis für Waffenverbesserungen sinken. Preis für Waffenverbesserungen sinken. Was mache ich öfters Waffen? Wenn ich mache Fahrzeuge, weil ich Fahrzeuge öfters tuner als... ... als Waffen auch besser. Dann nutze ich das, glaube ich, mehr. Ja. Ist so einfach. Ist so. Das mache ich so. Ich wünsche dir wirklich, dass du wiederholst, Maddy. Diese Hand von mir war zu machen, zu rendern, nicht zu spüren, auf eine Kabel. Oh, wenn die Typen ist das Problem. Ich kann ein paar gute Beispiele-Rekognition-Software. Ich weiß die besten... Shh. Du hast mich mit mir, als ich aus Philippe aus Philippe, wie ein Phoenix. Du und ich. Wir verbunden. Das ist schön, aber ich glaube, es ist Zeit für mich zu gehen. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen Angst, von... ... als... ...müchel. Ich bin ein sehr interessantes Ort. Maddy, ich verbehebte, wie du deine Fragen hast. Ich meine, wie Viola und Kiki haben ihre... ...departures, macht mich einfach zu töten jemanden, du wißt du? Oh, absolut. Ich habe einen Flugzeug, also... Maddy. Oh Gott. Oh Gott. Feel free to list me as a reference, anytime. Mensch. Der... Maddy. Okay. HTTP... ... 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